Ja, das Tief Bernd hat wirklich mächtig gewütet. Besonders betroffen waren seit gestern Nachmittag der Süden von Nordrhein-Westfalen, teilweise auch die Mitte und besonders auch der Norden von Rheinland-Pfalz. Und hier besonders die Eifel. Aus kleinen Bächen, aus Rinnsalen wurden reißende Ströme. Teilweise sind die Bäche um sechs bis sieben Meter angestiegen und das binnen weniger Stunden. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Einige haben es nicht mehr geschafft, mussten auf das Dach flüchten und dort evakuiert werden. Ich wünsche allen Betroffenen viel Kraft, diese schweren Zeiten gut zu durchstehen. Also das sind wirklich ganz, ganz schlimme Bilder. Ich persönlich habe auch Verwandte in Main in der Eifel. Auch dort hat das Unwetter wirklich sehr heftig gewütet. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Donnerstag. Ja, der Unwettersommer geht erstmal in den nächsten Tagen weiter. Die Flüsse steigen an. Jetzt erwischt es die großen Flüsse, die Mosel und auch den Rhein. Auch dort werden noch weiter steigende Pegelstände erwartet. Es ist nämlich noch nicht vorbei. Weiterhin auch Starkregen heute Nachmittag. Genau dort, wo die Pegel schon hoch sind. Und auch morgen weiterhin Schauer und Gewitter und lokal auch weiterhin kräftiger Starkregen. Und das schauen wir uns mal in diesem Wettervideo an. Zunächst einmal die Regensummen, die gefallen sind. Von gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen 8 Uhr in Köln. Der Spitzenreiter 153,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Kall 144,8 Liter. Schneifel Forsthaus in der Eifel 124,1 Liter Regen pro Quadratmeter. Und Brümmen der Eifel 105,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in Aachen war es extrem nass. 99,2 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja und das hier, das war die Auswirkung. Das hier ist mal der Pegelverlauf vom kleinen Flüsschen Kühl in der Eifel. Der Pegelkordel. Und wir sehen hier mal, wie dieser Pegel nach oben geschossen ist. Ja und der Jahrhundertrekord, der liegt eigentlich aktuell bei 4,82 Meter. Der wurde gemessen im Jahr 2003. Und aktuell steigt dieser Pegel immer noch an. Und wir haben jetzt einen aktuellen Pegel gemessen, heute Vormittag von 7,85 Meter. Das ist wirklich extrem. Wir liegen über drei Meter über dem bisher höchsten Pegelstand, den es jemals dort gegeben hat. Seit Beginn der Messungen. Ja und diese Prognose ist noch ein bisschen älter. Die ist von 9,28 Uhr. Und laut dieser Prognose hätte der Pegel eigentlich schon längst wieder fallen sollen. Aber er steigt immer noch weiter an. Also es ist dort auch noch nicht vorbei. Leider die Pegel steigen noch an und verbleiben auch immer noch auf recht hohem Niveau. Wir schauen weiter an die Mosel nach Drier. Auch dort ein schlagartiger Pegelanstieg. Seit gestern Abend ging es hier wirklich rasant nach oben in den Hochwasserbereich. Der aktuelle Pegel über 8 Meter. Wir erwarten hier teilweise 9 Meter bis 9,50 Meter in der Spitze. Also auch hier ein größeres Hochwasser. Und wir blicken noch Richtung Rhein. Denn das ganze Wasser kommt ja später über die Mosel, also Eifel, dann rein in die Mosel, die Bäche. Kommt dann später über Koblenz, auch in Köln an. Und wir sehen hier in Köln, die Prognose geht auf 8 bis 8,50 Meter für Köln. Wahrscheinlich muss das auch noch mal ein bisschen nach oben korrigiert werden. Ein Pegel von über 9 Metern halte ich schon für relativ wahrscheinlich bei diesen Wassermassen. Ja und wer war schuld an diesem Unwetterchaos? Es war das Tief Mitteleuropa bzw. das Tief Bernd. Das lag gestern genau hier über Deutschland, über Mitteleuropa. Und dort haben sich die schwülwarmen Luftmassen aus Osteuropa und die kühleren Luftmassen aus Westeuropa getroffen. Und die wurden ausgepresst, vor allen Dingen im Stau der Eifel, wie ein nasser Schwamm. Und deswegen gab es dort diese heftigen Niederschläge und diese Sturzfluten. Der aktuelle Strömungsfilm zeigt nun aber, dass Tief Bernd zieht ab langsam aus Mitteleuropa heraus. Und dahinter macht sich ein Hoch auf den Weg zu uns. Und dieses Hoch, das sorgt in den nächsten Tagen für Wetterberuhigung. Vornehmlich am Samstag, Sonntag und Montag. Mal gucken, wie es dann nächste Woche insgesamt weitergeht. Und die Temperaturen, die steigen auch langsam in der Höhe wieder über Mitteleuropa an. Bisher hatten wir immer sehr hohe Temperaturen um uns herum. Aber langsam wird es auch hier bei uns wieder etwas wärmer in rund 1500 Metern Höhe. Ja und hier sehen wir dieses Starkregenband liegen. Das brachte den heftigen Regen hier in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz. Das zieht nun weiter, aber zum Nachmittag immer noch Schauer und Gewitter hier im Südwesten des Landes. Und auch morgen am Freitag müssen wir weiterhin hier in Rheinland-Pfalz mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern rechnen. Da kann also noch mal einiges vom Himmel kommen. Und die Niederschlagsummen zeigen uns in den nächsten Stunden. Vor allen Dingen hier Richtung Frankreich wird es noch mal richtig nass werden. Aber auch hier im Südwesten des Landes, da ist noch mal einiges an Regen möglich. Bei kräftigen Schauern und Gewittern, da erwarten wir von Rheinland-Pfalz über das Saarland bis nach Baden-Württemberg. Teilweise 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, aber eben nur punktuell und nicht mehr so flächendeckend wie bei den Unwettern gestern Abend und vergangene Nacht. Das Wetter heute Nachmittag bringt, wie gesagt, noch mal einzelne Schauer und Gewitter. Vor allen Dingen hier im Südwesten des Landes Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Hessen. Teilweise auch in Bayern und später auch hier im Nordosten des Landes gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter. Und die können auch teilweise wieder unwetterartig ausfallen mit Starkregen, stürmischen Böen und teilweise auch kleinkörnigem Hagel. Ja, und am Freitagnachmittag geht es relativ ähnlich weiter. Wieder neue Schauer und Gewitter, wieder Richtung Rheinland-Pfalz, teilweise auch Hessen, Baden-Württemberg und der Alpenrand. Und auch hier im Nordosten sind morgen noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Danach beruhigt sich aber die Wetterlage etwas und das Wochenende fällt eigentlich überwiegend freundlich aus. Wir schauen auf die Ensemble-Vorsage und stellen fest, bis zum 31. Juli in der Mitte Deutschlands an den Temperaturen ändert sich eigentlich relativ wenig. Liegen meist so um die 22 bis 25 Grad und das bis Monatsende. Also eine Hitzewelle ist nicht in Sicht, aber Sorgen machen schon wieder diese Niederschlagssignale hier. Und zwar nach dem 20. und 21. Juli. Da könnte es schon wieder in so eine wechselhafte Wetterlage gehen mit kräftigen Niederschlägen, mit Starkregen, mit Unwettern und Gewittern. Das ist erstmal nur ein vorsichtiger Trend. Das müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten. Und wir gucken mal in den Süden Deutschlands. Auch hier relativ ähnliche Temperaturen anfangs um die 20 Grad, später ansteigend auf Werte um 25 Grad. Und auch im Süden des Landes ist erstmal keine Hitzewelle in Sicht. Aber auch im Süden verstärken sich bald wieder die Niederschlagssignale. Besonders hier nach dem 20. Juli zum Teil kräftige Signale beim Niederschlag. Da kann es also ziemlich nass weitergehen. Und das bedeutet, es ist möglicherweise schon die nächste Gewitter- oder Unwetterlage im Anmarsch. Auf jeden Fall ein stabiles, längeres Sommerhoch ist bei uns in Deutschland in den kommenden 10 bis 14 Tagen erstmal leider nicht in Sicht. Der Unwettersommer geht also weiter. Und hier noch der Osten Deutschlands. Auch hier relativ ähnlich. Zunächst Temperaturen so um die 25 Grad, dann ein bisschen kühler. Und später Werte auch hier meist um 25 Grad. Und auch im Osten gilt, nach dem 20. und 21. Juli gibt es auch hier verstärkt wieder neue kräftige Niederschlagssignale. Auch das deutet hier im Osten auf zum Teil neue Schauer, Gewitter und auch Unwetter hin. Ja, das war es vom Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.